China wirft den Philippinen einen schweren Zwischenfall im südchinesischen Meer vor. Ein philippinisches Schiff sei absichtlich mit einem chinesischen Schiff kollidiert, sagte ein Sprecher der chinesischen Küstenwache. Diese am Montag veröffentlichten Aufnahmen sollen den Vorfall, der sich den Angaben zufolge in der Nähe des Sabina-Riffs ereignete, zeigen. Nach Angaben der chinesischen Behörde für maritime Sicherheit drang dasselbe philippinische Schiff später in Gewässer in der Nähe des zweiten Thomas-Riffs ein. China forderte die Philippinen auf, Provokationen zu hinterlassen oder, Zitat, alle Konsequenzen zu tragen. Die beiden Länder hatten im Juli ein vorläufiges Abkommen geschlossen, nachdem es am zweiten Thomas-Riff zu Spannungen gekommen war. Die Philippinen gaben wiederum China die Schuld an dem Vorfall vom Montag. Ein Sprecher der zuständigen philippinischen Behörde sagte, die beiden Schiffe der Küstenwache seien auf ihrem Weg zu den Inseln Patak und Lawak auf rechtswidrige und aggressive Manöver von Schiffen der chinesischen Küstenwache gestoßen. Diese Manöver hätten zu Kollisionen und Schäden geführt. Der Streit um Gebietsansprüche im südchinesischen Meer schwelt seit Jahren. China beansprucht fast das gesamte Gebiet, einschließlich der beiden genannten Riffe für sich. Ein Urteil des Internationalen Schiedsgerichtshofs in Den Haag von 2016, das die weitreichenden Ansprüche Chinas für völkerrechtswidrig erklärte, wird von der Regierung in Peking nicht anerkannt.